Ich hoffe, ihr seid gesund und munter und haltet den Lockdown noch einigermaßen aus. Und da würde ich euch gerne auf ein Projekt aufmerksam machen, das gerade Crowdfunding sucht, und zwar Kijua. Was sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen, die jetzt schon seit einer sehr langen Zeit zu Hause sitzen, die Möglichkeit zu geben, wieder andere Aktivitäten zu haben, außer nur Fernsehen zu schauen, Schule zu haben, vor dem Computer zu sitzen. Und die bieten Workshops an, teilweise online, teilweise auch Sportevents, richtig in Person, draußen natürlich mit Abstand. Und um dieses Projekt noch größer zu machen und noch mehr Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, Zugriff darauf zu haben, suchen sie eben gerade Geld. Und wer, wen das interessiert, der kann sich einmal den Link anschauen und das Projekt vielleicht unterstützen. Alles Liebe, bleibt gesund und haltet durch.